Schaut Miraculous Ladybug im Disney Channel. Das haben wir rausgefunden, dank der Akumatisierung von Chloé Bourgeois zu Miracle Queen. Ja, ich erinnere mich. Bürger von Paris befolgt Miracle Queens Anweisungen. Von nun an muss niemand mehr seine Identität geheim halten. Jeder, der mal ein Superheld war, kommt zu mir. Nach dem Tag habe ich Optigami erschaffen. Mein hübscher Amok, erwecke meine Kreation zum Leben. Optigami, ich bin Mayura. Sei meine Augen und enthülle alle Geheimnisse von Ladybug. Unter meiner Kontrolle ist Optigami jedem Miraculous Besitzer gefolgt. Leider sind sie nur normale Teenager, die ihre Zeit mit der Schule und Außerschule